Bei mir ist wieder der Neko und es geht hier um moderne Webentwicklung in Haskell. Ich habe schon gehört, es werden keine Monaden erklärt, aber vielleicht ein paar andere Sachen. Ja, hallo zum leeren Saal. Nein, doch nicht. Sehr schön. Modernes Webdevelopment in Haskell. Am Beispiel des Projektes Marteamt. Zuerst mal will ich erklären, was ich unter moderner Webentwicklung verstehe. Und da muss man erstmal grundsätzlich eine Unterteilung vornehmen, welche Systeme, von welchen Teilen von Webentwicklung man spricht. In der Regel unterteilt man da in Frontend und Backend, wobei Frontend die eigentliche visuelle Darstellung ist dessen, was der Benutzer sieht. Und das Backend die gesamte Datenverarbeitung und Datenhaltung. Also im Backend benutzt man typischerweise etwas statischere Sprachen oder ja, nicht ganz so bekannte Sprachen wie im Frontend. PHP, Java im Enterprise-Umfeld, Ruby oder auch Python. Im Frontend verwendet man häufig HTML, CSS, JavaScript, klar, weil man ja was darstellen möchte im Webbrowser. Aber dementsprechend spricht man da häufiger von Frameworks, die eben diese Sprachen benutzen. Wie zum Beispiel React oder Bootstrap oder als Hilfs-Framework jQuery. Aber wir reden hier jetzt nicht über typisches Webdevelopment, sondern über Haskell. Was ist Haskell? Haskell ist eine rein funktionale Programmiersprache. Das heißt, Funktionen sind First-Class-Citizens dieser Programmiersprache und sind anderen Datentypen gleichgestellt. Haskell ist nicht strikt evaluiert, wie im Gegensatz zu den meisten anderen Programmiersprachen. Das heißt, der Wert einer Zuweisung wird nicht erst dann, wird nicht ausgewertet, sobald man diesen Wert eingibt, sondern erst, wenn er gebraucht wird. Wenn tatsächlich eine Auswertung passiert. Also nicht bei der Zuweisung, sondern erst bei der Auswertung. Haskell ist stark statisch typisiert. Das heißt, die Typen müssen bei der Compile-Zeit schon feststehen und können sich nicht zur Laufzeit ändern. Das mag zwar blöd klingen, in der Hinsicht, dass man überall die Typen dranschreiben muss, muss man nicht. Denn es gibt die sogenannte volle Typ-Inferenz. Der Compiler kann in aller Regel zur Compile-Zeit schon herausfinden, welche Typen da überhaupt durch die Kante schwirren. Wo wird das eingesetzt? Häufig in Big Data. Aufgrund seiner Eigenschaften kann Haskell unendliche Datenstrukturen theoretisch verwalten, solange man sie nicht auswertet. Weil sonst dauert die Auswertung unendlich lange. Im Banken- und Finanzsektor wiederum da die Eigenschaften, dass Haskell-Code, man kann sehr gut nachvollziehen, wenn man Haskell gelernt hat, was der Code tut. Aufgrund der Abkapselung von Seiteneffekten, die in Haskell passiert. Und in der Wissenschaft, genau. Und auch deswegen, weil man was in eine Funktion reingeht, auch wieder rausbekommen muss. Im Sinne von, die sind vorhersehbar. Was ist also der Hauptunterschied zu imperativer Programmierung, wie zum Beispiel mit C, C++, Java, PHP? Genau, wie ich schon angesprochen habe, es gibt eine streitete Trennung zwischen der reinen Berechnung, also einer Funktion, und Seiteneffekten. Wie zum Beispiel der Zugriff aufs Netzwerk, der Zugriff auf die Datenbank, der Zugriff auf User-Interfaces, also Maus-Tastatureingaben, sind alle weggekapselt und müssen quasi erst sauber gemacht werden, damit sie durch die reinen Funktionen durchgeleitet werden können. Variablen sind unveränderlich. Einmal ist der Wert einmal zugewiesen, ist er fest für den Durchlauf der Funktion, sorgt dafür, dass man sehr sauber programmieren muss. Eigentlich ein Vorteil. Es gibt in Haskell keine Schleifen, also ohne Weiterpass jedenfalls. Also mit Konstrukten wie For-Schleife, While-Schleife findet man nicht. Dafür gibt es sogenannte Maps, also das Anwenden einer Liste auf eine Funktion und man erhält zurück eine Liste aus Ergebnissen. Oder wenn einem das nicht weiterhilft, dann kann man mit Rekursionen weiterkommen. Das macht keine Probleme, immerhin macht es, dass die Sprache immer noch Turing vollständig ist. Und es gibt kein State. Da Variablen nicht veränderlich sind, einmal zugewiesen, sind sie fest. Kann man auch keine State-Variable irgendwo im globalen Namespace, wie man sagen würde, definieren, die sich dann immer wieder ändert und den State des Programms irgendwie definiert. Gibt es einfach nicht. Oder nicht ohne Weiteres. Die Vorteile davon in der Web-Entwicklung, ja, da gibt es auch einige, zum Beispiel Serialisierung und Deserialisierung von Daten, so wie zum Beispiel JSON, ist relativ unkompliziert in Haskell. Es gibt gute Bibliotheken, die das können und durch die statische Typisierung ist es auch unmöglich, dass Datentypen falsch interpretiert werden, weil die müssen ja feststehen. Datenverarbeitung kann leichter auf Korrektheit geprüft werden. Wie gesagt, die Funktionen sind nicht Seiteneffekt behaftet in aller Regel. Dementsprechend kann man auch mit automatisierten Test-Frameworks arbeiten, die einfach Input reingeben und Wissen oder eine Erwartung auf das Ergebnis stellen können, welche einfacher nachzuvollziehen ist als bei Seiteneffekt behafteten Funktionen wie in anderen Programmiersprachen. Web-Anwendungen sind in der Regel zustandslos, also haben kein State. Warum also eine Stateful-Programmiersprache verwenden? Und Web-Anwendungen haben häufig Konkurrente Anfragen und dementsprechend müssen da entsprechend die Programmiersprachen oder auch die Frameworks und Bibliotheken handeln können. Haskell kann das von sich aus relativ gut. Und dementsprechend hat man da nicht viel Schmerzen mit. Gehen wir nun auf das genaue Projekt Marteamt zu. Das Marteamt ist der Nachfolger vom Yamat. Der Yamat ist die zurzeit verwendete Getränkeverwaltung bei uns im Club und ist momentan auch immer noch in Benutzung, weil das Marteamt noch nicht fertig ist. Aber nun die Konvention beim Marteamt. Die Programmiersprache ist nach wie vor in Haskell, genauso wie beim Yamat. Aber das Marteamt ist nur ein Backend. Es ist nur eine API. Also es ist keine Webseite wie der Yamat, der einfach einem ein User-Interface bietet, wo man Knöpfe drücken kann, sich ein Getränk klickt, sein Guthaben abgebucht bekommt und fertig. Sondern es ist nur ein Backend. Es macht nur die Datenverwaltung und Datenhaltung und bietet nur eine API an, mit der man über JSON-Objekte mit ihr reden kann. Dementsprechend verfolge ich mit dem Marteamt eine Art Microservice-Architektur. Das Backend ist für sich gestellt. Das Frontend muss noch erzeugt werden. Der Yamat hingegen war ein Monolith. Da wurde alles zusammengemischt. Auf einen Knopfdruck im HTML-Dokument wurde eine Datenbankabfrage gesendet. Hatte auch schon interessante Nebeneffekte bei uns in der Getränkeverwaltung gehabt. War nicht schön. Dementsprechend, wenn es gar kein Frontend gibt, wie bedient man den tatsächlich? Nun, zukünftige Benutzer des Marteamtes will ich hier sehr freundlich bitten und einladen und auch unterstützen, Ihre eigenen Clients bzw. Frontends für diese API zu schreiben, in jedweder Programmiersprache, die Sie gerade beherrschen oder auch benutzen möchten oder lernen wollen. Und dadurch, um das zu ermöglichen, unterstütze ich Sie gerne auch indirekt, nicht nur persönlich, sondern auch, wie ich das Marteamt geschrieben habe. Das Marteamt bietet auf einem Endpunkt seiner API seine Beschreibung, die Beschreibung der API selbst nach OpenAPI 3.0-Standard und auch eine sogenannte Swagger UI, wo man sich die Anfragen auch in einer Web-Oberfläche zusammenklicken kann und abschicken kann. Entsprechend kann man so auch die API-Endpunkte erkunden. Einen Referenz-Client habe ich auch schon in Arbeit, der heißt der Martebeamte. Ja, der bedient das Marteamt. Und ist, wie gesagt, bereits in Arbeit, kann schon die Kernfunktionalitäten bedienen. Und als nächstes würde ich euch gerne etwas im Code zeigen oder ein bisschen zeigen, wie der Code im Marteamt aussieht. Ich würde anfangen mit der API selbst, wie die beschrieben ist. Die Marte-API selbst ist der Datentyp, der alle Endpunkte der API beschreibt. Sieht etwas wild aus, aber es gibt eine Struktur darin, die hoffentlich erkennbar ist. Also es gibt Authentifizierungsanfragen, die gesendet werden können. Das wird sich noch etwas ändern, weil ich aus meinem selbstgebackenen Authentifizierungsschema ausbrechen will und auf, jetzt darf ich die Abkürzung nicht falsch aussprechen, JSWT, also JavaScript Web Tokens, ummünzen will. Dementsprechend alle Endpunkte, die hier mit Auth anfangen, werden sich noch ändern. User, alle Endpunkte, die hier mit User anfangen, sind zur Verwaltung des Users gedacht. Also User, also Slash V1, wie hier oben beschrieben wird. Also es fängt an mit Slash V1. Slash User und wenn man da einen Post-Request sendet mit einem JSON-Inhalt des Typs UserSubmit, legt man einen neuen Nutzer an. So muss man das etwa verstehen, wenn man das liest. Entsprechend kann man sie mit Get-Requests UserDetails geben lassen oder wenn man weitere UserDetails ändern will, dann schickt man ein Patch-Request, eben wie es in einer REST-API durchaus gebräuchlich ist. Entsprechend kann man auch User-Query mit einem Get-Request auf Slash User Slash List und Slash User Slash Recharge Slash sagt einem auch hier, ich würde gerne Geld aufladen auf mein Konto, muss man sich natürlich als User authentifiziert haben und entsprechend im Header die Header-Authentifizierung haben. Das ist etwas fortgeschrittenere Typ-Magie der Library Servant. Das geht auch so weiter mit Produkt und Buy und Journal. Journal ist die Übersicht über geleistete Bar-Transaktionen. Also wie auch der YAMAD will das MATE-Amt nicht unbedingt verfolgen, wer was wann gekauft hat, sondern einfach nur, wer hat wann Geld eingezahlt. Es ist angedacht, eine Avatar-Verwaltung zu haben, die ist aber noch nicht wirklich implementiert. Habe ich relativ weit hinten in der To-Do-Liste. Aber es gibt schon Nutzerrollen und entsprechende Berechtigungen, die man setzen und überprüfen kann. Und dann gibt es noch Settings des MATE-Amtes selbst, die geändert oder abgefragt werden können. Natürlich nur, wenn man eine entsprechende Rolle hat. Und dann gibt es noch einen Metainformation-Tag, also einen Metainformations-Endpunkt, wo zum Beispiel die Version oder andere Dinge drin stehen. Untergliedert ist das ganze MATE-Amt in mehrere Module. Und die sind auch gruppiert. Ich habe da, als ich angefangen habe, ein MVC, also ein Model View Control, mehr oder weniger angestrebt. Aber das MATE-Amt ist ja eine API. Dementsprechend gibt es kein View. Also gibt es auch nur Control-Module und Model-Sachen. Types und Classes sind halt Datentypen. Also Types, da verstecken sich die ganzen Datentypen dahinter. Und Classes sind sogenannte Typklassen. In Haskell sind Typklassen etwa vergleichbar mit Interfaces in C++ oder anderen objektorientierten Programmiersprachen. nur mit ihrem eigenen Twist, dass man mehrere von denen implementieren kann, ohne dass man sich verrenken muss. Und Util sind halt Utilities. Datentypen sind in Haskell relativ schön gelöst. Zum Beispiel, wenn man sich den User anschaut. Besteht der User eigentlich nur aus einer ID, seinem Namen, wie viel Guthaben er hat, wann er zuletzt eine Transaktion hatte, einer E-Mail, die optional ist und auch einer optionalen ID eines Avatars. Die folgenden drei Felder existierten mal, sind aber momentan auskommentiert, weil ich sie nicht nicht mehr brauche. Und hier zum Beispiel Instance Database Representation User ist eine Instanzierung einer sogenannten Typklasse und da ist einfach nur beschrieben, wie ein User, also wird der Datentyp des Users, wie ein User in der Datenbank aussieht, nur nochmal beschrieben. ToDatabase ist genau andersrum, also ToDatabase ist eine Instanz der ToDatabase-Typklasse und die sorgt dafür, dass ein User in die Typklassendefinition, in die, Entschuldigung, in die Datenbankdefinition überführt werden kann und FromDatabase genau andersrum. Das sind Typklassen, die ich selber geschrieben habe und das war es für den User selbst. Dann gibt es noch Summary, welche eigentlich nur ein Unterpunkt oder nur ein paar Unterfelder des Users sind. Dementsprechend gibt es da auch keine Datenbank-Optionen dafür, weil die nicht direkt aus der Datenbank geholt werden, sondern über den User definiert sind. Das so als Beispiel für, wie man die Datentypen lesen kann. Die wahrscheinlich interessanteren Module sind im Control versteckt und Control sind, wie gesagt, die ganzen Berechnungen oder die Entscheidungen werden alle in Control gefällt. Wenn man sich zum Beispiel eine richtige Transaktion ansehen möchte, ist man in Control-Buy ganz gut aufgehoben. Und ja, hier hat man eine Funktion, die heißt Buy, also wohl würde man da was kaufen können. Sie nimmt entgegen ein Auth-Objekt und ein PDS, was ein Purchase Detail, eine Liste von denen sogar ist. Zurück gibt sie ein Marte-Händler-Purchase-Result. Marte-Händler ist eine Monade. Es ist ein spezielles Datenkonstrukt in Haskell, welches ermöglicht, gewisse Dinge zu tun, die sonst in puren Funktionen nicht möglich wären, wie zum Beispiel Seiteneffekte. Datenbank sprach ich ja vorhin an, ist ein Seiteneffekt. Dementsprechend kann ich über diese Monade tatsächlich auf die Datenbank zugreifen. Dementsprechend kann ich von der Monade die Datenbankverbindung erfragen mit Asks und dann, ja, der Connection. Und dann prüfe ich, ob die Produkte, die in den Purchase Details angefragt werden, tatsächlich verfügbar sind. Wenn sie nicht verfügbar sind, werden sie in einer weiteren Liste gespeichert. Und wenn nicht, dann ist alles in Ordnung. Am Ende wird noch geprüft, wie viel Geld tatsächlich dem Benutzer für seinen Einkauf abgehoben wird. Und dann ist das eigentlich schon fast durch. Mit Add-to-User-Balance, ja, Add-to-User-Balance und einem negativen Preis buche ich dann das Guthaben ab, falls man sich als User authentifiziert hat. Es gibt nämlich die Möglichkeit, einen sogenannten Bareinkauf zu machen. Da passiert das anders. Und am Ende wird einfach die, also wenn man sich als User authentifiziert hat, wird das Guthaben abgebucht. Man bekommt noch eine Rückmeldung, ob man nun im negativen Credit ist oder ob man noch Guthaben hat. Und damit ist man dann mit dem Einkauf durch. Hat man sich nicht als Nutzer authentifiziert, dann macht man einen sogenannten Bareinkauf. Dann kommt ein neuer Eintrag ins Journal. Also geht man davon aus, dass Bar eingezahlt wurde. Das muss ins Journal kommen. Und ja, das gibt dann einfach nur aus. Hier, bezahle bitte deinen Preis. Und damit ist auch damit der Einkauf beendet. Ich hoffe, damit kann ich ein bisschen die Verwirrung nicht weiter anstiften, die schon wahrscheinlich herrscht. Deswegen kehre ich nun lieber zurück zu meiner Präsentation. Wir sind gelandet. Falls euch der Code doch noch weiter interessiert, ihr findet den Code sowohl für das Mateamt als auch für den Matebeamten auf meinem persönlichen Gitti. Die Repos sind öffentlich geschaltet. Ihr könnt den Code euch anschauen, eventuell Verbesserungsvorschläge hinterlassen. Und so weiter. Gibt es dazu Fragen? Ja, das Mikro kommt. Genau. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum man das Ganze denn unbedingt jetzt mit so einer esoterischen Sprache wie Haskell machen wollen will. Ein paar Beispiele hast du ja schon gezeigt. Ich selbst hatte Servant mal ganz kurz in den Händen und schon allein davon ist mir der Kopf explodiert, was das alles kann. Daher mal so die Frage, welche Vorteile bietet einem denn jetzt eben dieses ganze erweiterte Typ-System? Wie kann moderne Web-Entwicklung davon profitieren? Man hat ja gesehen, du hast die API auch direkt auf Typ-Ebene definiert. Was kann denn damit noch gemacht werden? Werden damit jetzt irgendwie nur der Code gecheckt oder kann da noch was daraus generiert werden? Wie zum Beispiel die API-Deskription oder noch ganz viel andere Magie, die dann letztendlich Arbeit spart und Korrektheit sicherstellt? Du hast es gerade schon richtig angesprochen. Ja, dadurch, dass die API wirklich als gesamter Datentyp definiert ist, kann ich mir aus diesen Datentypen und seiner Beschreibung, wie sie da stand, die Swagger UI und die Swagger JSON generieren lassen. Also eine Änderung an der API selbst wird sofort automatisch übersetzt. Ich muss da nicht nochmal irgendwelche Dateien händisch anfassen, damit quasi der Zustand der API und der Swagger JSON synchron ist. Weitere Vorteile ergeben sich auch daraus, dass ich anfangen kann, automatisiert mit Testing-Frameworks wie zum Beispiel H-Spec oder sogar QuickCheck mit zufälligen Daten meine ganze API zu testen. Da gibt es Plugins quasi für QuickCheck für die dann, also Servant-QuickCheck heißt die Library, die das macht. Da kann ich wirklich automatisiert zufällige Daten gegen meine API schießen lassen und schauen, ob der Server tatsächlich auch richtig antwortet. Ich hoffe, das klärt deine Frage. Schön. Hast du dir schon mal Haskell im Frontend angeguckt? Gibt es sowas überhaupt? Also, dass Haskell nach Wasm kompiliert wird oder sowas? Also, ja, es gibt Haskell auch im Frontend. Man kann sich HTML über die Blaze-Bibliothek machen oder bauen lassen. Ja, das sieht ein bisschen wild aus manchmal, aber es geht. Der Mate-Beamte ist tatsächlich so gebaut, aber selbst in der Dokumentation zu Blaze steht, manchmal will man das wirklich so machen. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich da nicht doch eine andere Bibliothek noch verwende. Aber da müsste ich noch, wie gesagt, ein bisschen Forschungsarbeit betreiben. So, ich habe noch eine kurze Frage. Wie sieht es mit WebSockets aus? Moderne Webprogrammierung bedeutet ja auch, dass ich solche Technologien wie WebSockets einsetzen will. Bietet Haskell dafür eine Möglichkeit? Das habe ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm, ob ich WebSockets wirklich einsetzen kann. Würde mich wundern, aber wenn nicht. Weitere Fragen? Ja, ich würde mich auch gerne mal interessieren. Also ich komme jetzt eher aus einer Welt, in der man klassisch programmiert, Java, C, solche Dinge. Und ich vergleiche es jetzt gerade in Gedanken mit deinem Ansatz, das mit Haskell zu machen. Und ich überlege gerade, wie sieht das mit der Testbarkeit des Codes aus? Also wenn ich jetzt meinen J-Unit-Test schreibe oder was, ist das vergleichbar? Gibt es vergleichbare Instrumente, die man in Haskell verwenden kann? Oder kommt das automatisch mit? Oder macht mir das das System einfach zu testen? Oder was sind denn da deine Erfahrungen? Geht das besser, schlechter? Das hängt ganz davon ab, wie du deinen Code geschrieben hast in Haskell auch teilweise. Sobald du halt mit Seiteneffekten zu tun hast, wie gut du diese Kapselung tatsächlich einhältst. Aber, ja, reine Funktionen in Haskell lassen sich sehr einfach testen, weil aufgrund der Eigenschaften von nicht mutierbaren Variablen oder Statelessness des gesamten Codes kannst du davon ausgehen, dass bei gleichem Input in eine Funktion immer auch der gleiche Output aus der Funktion rauskommt. Dementsprechend sind Unit-Tests auf einer Ebene automatisierbar, dass du eigentlich nicht sehr viel Aufwand damit hast. Und in der echten Welt, also jetzt dein Beispiel mit der Mati-Software, wie sieht es da aus? Kannst du da diese Standards einhalten oder hast du dann doch Seiteneffekte, die dich dann quasi dir das Leben schwer machen? Nö, eigentlich nicht. Also du kannst natürlich auch eine temporäre Datenbank aufsetzen, jetzt im Sinne von Integration-Tests. Ob nun, da musst du wiederum diese temporäre Datenbank richtig befüllen, aber die kann dann auch genauso automatisiert abgetestet, in automatisierte Tests eingebunden werden. Ich hoffe, das klärt deine Frage. Noch weitere Fragen? Vielleicht eine eher ironische Frage, aber weiß nicht, Haskell ist ja vor allem dein Hobby, oder? Ich habe gerade nicht verstanden, was ich... Haskell programmieren ist vor allem eher dein Hobby, oder machst du das auch für Brunerwerber? Also Haskell hat bei mir als Hobby angefangen, aber mittlerweile mache ich Haskell auch beruflich. Okay, gut. Nämlich sonst wäre meine Frage gewesen, ich kenne viel, bei vielen Leuten, bei vielen Leuten weiß ich nämlich, dass die das quasi einfach so zum Frustabbau, zur Entspannung gegenüber dem machen, was sie sonst irgendwie beruflich machen müssen. Deswegen wäre die Frage, was musstest du kompensieren, um Haskell zu machen? Ne, also ich empfinde Haskell nicht wirklich als Frust. Natürlich mache ich auch andere Dinge in meiner Freizeit als Programmierung. Also, wer vielleicht gestern meinen Vortrag gehört hat, ich zeichne auch Comics. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand dieses Vortrages. Aber ja, ich mache auch gerne in meiner Freizeit weiter, Haskell, weil ich habe keine oder wenig Schmerzen mit der Programmiersprache. Wie ist denn der, oder hat man eine Frage? Wie ist denn der Einstieg in Haskell für jemanden, der neu ist? Also ich habe ja ein bisschen was gemacht im Universitätskontext. Größenordnung 2016, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich habe auch nicht allzu viel reingemacht, das war halt hauptsächlich darauf beschränkt, was in dem Kurs halt behandelt wurde. Da ging es halt hauptsächlich um Fundamentals und Algorithmen und sowas. Wie ergonomisch, sage ich jetzt mal, ist der Einstieg, weil gerade solche neueren Programmiersprachen wie Go oder Rust oder sowas brüsten sich an, damit es besonders einfach ist, irgendwie schnell anzufangen. Sie haben detaillierte Lehrmaterialien und solche Sachen. Wie sieht es da bei Haskell aus? Ja, das hängt ein bisschen auch vom Hintergrund ab, den man hat, aber man behauptet so gerne und ich muss das leider auch ein bisschen bestätigen, die Lernkurve von der Haskell hat Überhänge. Also, sie verläuft, ja, nicht ganz mathematisch korrekt. Man bleibt manchmal ganz schön hängen. Es ist schwer, insbesondere wenn man halt objektorientierte Programmierung gewohnt ist oder auch imperative Programmierung. gibt es halt sehr, sehr viele Konzepte, die man bei Haskell einfach über Bord schmeißen muss, weil sie so nicht funktionieren. Die Sprache funktioniert einfach nicht objektorientiert, sie funktioniert auch nicht imperativ. Und je nachdem, wie festgefahren man in diesen Konzepten drinnen hängt, wird das schwierig. Ich selber habe ja auch nicht unbedingt mit Haskell angefangen, sondern habe meine Laufbahn als Programmierer mit Java angefangen. Aber das war noch in der Schule. Unsere Informatiklehrerin war sehr avantgardistisch. Um es mal so auszudrücken. Ich habe auch erst später zu Haskell gefunden, aber über andere Programmiersprachen wie Lua oder C. Und Haskell hat mir da sehr gefallen, letztendlich, weil es ich habe zu dem Zeitpunkt noch Werkstoffwissenschaft studiert, also eine Ingenieurswissenschaft, und plötzlich konnte ich Konzepte, die ich in der Mathevorlesung hatte, durchaus praktisch anwenden, ohne mir groß Gedanken zu machen, wie implementiere ich das jetzt. Ich konnte es quasi fast genauso ausdrücken, wie es auf der Folie vom Professor stand. Und das fand ich sehr sehr charmant. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so, es gibt ja einen Menschenschlag, der abgeschreckt ist, wo man ein neues Programmierparadikmal sieht, und es gibt einen Menschenschlag, der dann total begeistert und da reintaucht und so weiter. Ja, genau. So in der Art könnte man es beschreiben. Ich habe jetzt auf Arbeit ein bisschen zu tun mit einer Sprache, die ähnlich zu Prolog ist. Aber das ist eine andere Sache. Wenn wir keine weiteren Fragen haben, würde ich an der Stelle mal den Deckel drauf machen und noch mal einen herzlichen Dank an Nico sagen. Applaus